Dann hat der VfB zwei Testspiele bestritten und keine Sorge, wir werden jetzt keine große Analyse präsentieren, nur mal ganz kurz drüber gehen und so ein paar allgemeine Feststellungen mit euch teilen. Also los ging es am vergangenen Mittwoch gegen Wehen Wiesbaden. Ich sage gleich dazu, der VfB Stöcker hat, bevor er dieses Testspiel bestritten hat, noch eine komplette Einheit absolviert am Morgen nämlich und war dementsprechend dann auch gerädert. Anschließend stand dann das Spiel gegen Wehen Wiesbaden an. Die werden inzwischen von Markus Kausinski trainiert, wusstest du das? Nee. Ja, ehemaliger KSC-Train. So sieht man sich wieder. Der VfB spielte im 3-5-2, daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt. Ito, Anton und Stenzel bildeten die Dreierkette, nicht Karte. Mangala und Nathai spielten davor. Enzo Mio verteilte im Zentrum dann die Bälle und Silas und Darko Sholinov kamen über die Flügel. Vorne gab es wieder eine Doppelspitze mit Sascha Kalajic und Mo Sanko. War sehr interessant. Der VfB präsentierte sich in der ersten Halbzeit auch durchaus gut, hatte Chancen. Die nutzte man aber leider nicht besonders gut, muss man sagen. Also da gibt es ein altes Problem. Ich hoffe, dass Pellegrino Matarazzo jetzt im Trainingslager daran arbeiten wird. Was halt auffällig war, dass dem ein oder anderen Spieler auch mal das Auge für den Mitspieler fehlte. Dazu kommt fehlende Präzision im Abschluss, also da müssen wir noch dran arbeiten. Trotzdem hat es der VfB geschafft, nach 14 Minuten durch Sascha Kalajic mit 1-0 in Führung zu gehen, zur Entstehung. Da muss man ganz klar Nikolas Nathay hervorheben, der Silas sehr sehenswert in Szene setzte. Und Silas brachte den beiden, muss man sagen, mit etwas Glück in den Strafraum. Da stand dann Sascha Kalajic und der hat das Ding dann in klassischer Stürmermanier verwertet. Sebastian, ich gehe davon aus, du hast es von dem Spiel nicht allzu viel gesehen. Das war doch auch roter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, wie du da an Bilder gekommen bist. Ich habe davon nichts gesehen. Darüber möchte ich nicht sprechen. Es gibt manchmal Möglichkeiten, die man einfach für sich behalten muss. Zur zweiten Halbzeit, da wechselten dann die Trainer, muss man sagen, Wimmer und Kammermeier. Klingt erstmal komisch, aber das waren ja die Matarazzo-Vertreter. Bis auf Fabio Bredlow eigentlich einmal komplett durch. Mola, Bazzoli und Aydonis agierten als Dreierkette. Davor dann Naui Ahamada und im Sturm liefen Alu Kroll und Thomas Castanaras gemeinsam auf. Und dann hattest du mit Ulrich, Beers, Egloff und Klimowitz vier offensiv denkende Zentrumspieler im Mittelfeld. Und das war schon spektakulär, muss man ganz ehrlich sagen. Also können wir nicht vorstellen, dass wir diese Formation allzu oft sehen werden in der kommenden Saison. Aber ja, hat Spaß gemacht, sich das mal anzugucken. Und viel passierte, muss man sagen, erstmal nicht. Aber in der 72. Minute ging es dann los mit einem Fehler von Fabi Bredlow. Der kassiert nämlich sein zweites Freistoß-Gegentor. Sebastian gegen Böbling hat er ja auch schon eingefangen. Und damals ging das Ding ins Torwart-Eck und diesmal auch. 72. Minute, Brooklyn at C erzieht dieses Freistoß-Tor. Also Fabi Bredlow, bitte auswechseln, wenn es an die Freistöße geht. Und Flo Müller, keine Zeit habt es heute. Da habe ich kein gutes Gefühl. Da möchte ich aber auch nochmal sagen, dass, glaube ich, die Einschätzungen des Fabi Bredlow ein Konkurrent für Flo Müller sein kann, die sehe ich jetzt hiermit widerlegt. Also spätestens nach diesen beiden Testspielauftritten braucht man darüber nicht mehr sprechen. Da kann man sich dann vielleicht noch Gedanken machen, ob es einen Konkurrenten bräuchte, der Flo Müller etwas mehr herausfordern kann. Das können wir vielleicht besprechen. Aber ansonsten, glaube ich, ist das Thema auf der Torwartposition relativ klar. Direkt im Anschluss, das war die gute Nachricht, ging der VfB dann erneut in Führung. Diesmal mit einer guten Aktion von Laurin Ullrich. Der lief so von halb links ein, schloss dann ab. Und der Keeper von WN Wiesbaden konnte den Schuss dann so seitlich abwehren. Und da stand dann Matteo Klimowitz. Und der hämmerte das Ding tatsächlich unter das Tordach, Sebastian. Matteo Klimowitz. Ich glaube, es war sein erster und einziger Schuss und der landete im Tor. Ich habe sofort geschrien, Vertragsverlängerung, Vertragsverlängerung. Dann wurde ich mit einer Zwangsjacke vom Platz getragen. Deswegen, nein, ich habe die anderen Sachen natürlich auch noch gesehen. Und zwar gab es in der 84. Minute noch einen Fall-Laufmeter, den Alu Kual verwandelte zum 3 zu 1. Und in der 86. Minute erzielte Dominik Brokopp nach einem Fehler von Antonis Aydonis das 3 zu 2. Das sah nicht ganz so gut aus. Was nehmen wir mit? Zum einen, die Castanarra-Serie ist beendet. Kein Tor im zweiten Profispiel. Stimmt. Müssen wir eine neue Serie starten. Und ja, auch klar, der VfB setzt wieder auf Dreierkette und über, oder auf den Aufbau übers Zentrum. Also, das war, oder ist jetzt inzwischen klar, so möchte ich es eigentlich stehen lassen. Und es gab einen gewissen Geburtstagsbonus, Sebastian. Halt dich fest. Der erste Torschütze, Sascha Kalajcic, hatte einen Tag nach dem Testspielgeburtstag. Der zweite Torschütze, Matteo Klimowitz, hatte am Tag des Testspiels Geburtstag. Und der dritte Torschütze, Alu Kual, hatte einen Tag vor dem Testspielgeburtstag. Sollte uns dann zu denken geben, oder sollte dem Trainer zu denken geben, wen er aufstellt?